Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12.512 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Genieße die Zeit mit den Kindern und sei ihnen ein gutes Vorbild, denn sie sind die Zukunft. Ich kann mich von der Vorstellung lösen, dass ich nicht erfolgreich sein kann und meinen Erfolg selbst gestalten. Ich kann mich von der Vorstellung lösen, dass ich nicht erfolgreich sein kann und meinen Erfolg selbst gestalten. Das Getränk hält mich fit. Aber durch die Zitrone ist es sehr sauer. Willst du mal probieren? Das Getränk hält mich fit. Aber durch die Zitrone ist es sehr sauer. Willst du mal probieren? Das Getränk hält mich fit. Aber durch die Zitrone ist es sehr sauer. Willst du mal probieren? Hochschulbildung ist der Schlüssel zu spezialisierten Karrieren. Nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee, Tee oder Wasser? Nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee, Tee oder Wasser? Nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee, Tee oder Wasser? Das Problem ist, dass niemand da ist. Ich muss allein spielen. Das Problem ist, dass niemand da ist. Ich muss allein spielen. Das Problem ist, dass niemand da ist. Ich muss allein spielen. Kompetenzorientierung in der Bildung bedeutet, dass die Vermittlung von Kompetenzen in den Mittelpunkt des Lernprozesses gestellt wird. Kompetenzorientierung in der Bildung bedeutet, dass die Vermittlung von Kompetenzen in den Mittelpunkt des Lernprozesses gestellt wird. Kompetenzorientierung in der Bildung bedeutet, dass die Vermittlung von Kompetenzen in den Mittelpunkt des Lernprozesses gestellt wird. Das Problem ist, dass die Vermittlung von Kompetenzen in den Mittelpunkt des Lernprozesses gestellt wird. Das Problem ist, dass die Vermittlung von Kompetenzen in den Mittelpunkt des Lernprozesses gestellt wird. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Problem ist, dass die Vermittlung von Kompetenzen in den Mittelpunkt des Lernprozesses gestellt wird.